Bruce Willis ging 2022 in den Ruhestand, Tochter Talula spricht über seinen Gesundheitszustand. Bruce Willis, eine der bekanntesten Action-Ikonen Hollywoods, beendete seine Schauspielkarriere im Jahr 2022, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert wurde, eine schwerwiegende Störung, die seine Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt. Das Leben der Familie Willis veränderte sich vollständig, als sie mit der zunehmend verschlechternden Gesundheit des geliebten Vaters, Ehemanns und Stars konfrontiert wurde. Im Februar 2023 erhielt die Familie erneut eine niederschmetternde Nachricht, als Ärzte bei Bruce Willis eine frontotemporale Demenz, FTD, diagnostizierten, eine seltene neurodegenerative Erkrankung ohne Heilung. Talula Willis, die jüngste Tochter von Bruce Willis und der berühmten Schauspielerin Demi Moore, teilte ihre aufrichtigen und tiefen Gefühle über den Kampf ihres Vaters gegen die Krankheit sowie darüber, wie ihre Familie sich dieser Herausforderung gestellt hat. Talula, die ihrem Vater immer große Zuneigung entgegengebracht hat, zögerte nicht, über die Schwierigkeiten und Hoffnungen zu sprechen, die ihre Familie in letzter Zeit durchlebt hat. Talula, 30 Jahre alt, hat eine besondere Verbindung zu ihrem Vater. Als jüngste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore wuchs sie in der Geborgenheit und Liebe ihrer Eltern auf. Wenn sie über ihren Vater spricht, kann Talula ihre Emotionen kaum verbergen. Sie teilte mit, dass sich der Zustand ihres Vaters zwar nicht wesentlich verändert hat, dies jedoch unter den aktuellen Umständen als positiv zu werten ist. Dass ihr Vater immer noch in der Lage ist, eine emotionale Verbindung zur Familie aufrechtzuerhalten, ist ein Lichtblick inmitten der Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. Talula gibt zu, dass die Pflege eines geliebten Menschen mit einer neurodegenerativen Erkrankung eine äußerst schwierige Reise ist. Sie betont jedoch, dass es gerade die Liebe ist, die ihr und ihrer Familie geholfen hat, die schwersten Momente zu überstehen. Ich weiß, dass er weiß, wie sehr ich ihn liebe. Ich weiß, dass er mich liebt, ich weiß, dass er uns alle liebt, sagte sie und zeigte sich zuversichtlich, dass ihr Vater die Liebe und Fürsorge der Familienmitglieder nach wie vor spürt. Obwohl Bruce Willis seine Gefühle nicht mehr durch Worte ausdrücken kann, ist Talula überzeugt, dass seine Präsenz bei den Besuchen die emotionale Bindung zwischen ihnen deutlich vermittelt. Sie teilt regelmäßig warme Momente mit ihrem Vater auf ihrem Instagram-Account, wo die Fans die Liebe und Nähe zwischen Vater und Tochter spüren können. Die Familie Willis hat sich den Herausforderungen, vor denen sie steht, nicht entzogen. Stattdessen haben sie in der Liebe und im Zusammenhalt Kraft gefunden. Talula betont, dass der Gesundheitszustand ihres Vaters eine Gelegenheit geschaffen hat, dass ihre Familie noch mehr Liebe füreinander entwickeln konnte. Sie haben gelernt, offener und ehrlicher als je zuvor miteinander zu kommunizieren. Talula gibt zu, dass sie in der Vergangenheit möglicherweise wichtigen Dingen im Leben aus dem Weg gegangen ist oder ihnen nicht genug Beachtung geschenkt hat. Doch jetzt, angesichts der Krankheit ihres Vaters, haben sie und ihre Familie gelernt, einen neuen Wortschatz zu verwenden, um ihre Gefühle und Bedürfnisse klarer auszudrücken. Jetzt spricht jeder darüber, was in einer Situation erforderlich ist. Es gibt ein größeres Vokabular, das wir alle gelernt haben und nahtlos miteinander verwenden können, sagt sie. Diese Veränderung hat der Familie Willis nicht nur geholfen, besser mit Bruce's Zustand umzugehen, sondern auch ihre Beziehungen zueinander gestärkt. Sie sind stärker, verbundener und haben vor allem Freude und Trost in der gemeinsamen Zeit gefunden. Bruce Willis, der Star klassischer Actionfilme wie Stern die Heartstern, Stern Armageddon Stern und Stern Pope Fiction Stern, hat einen bleibenden Eindruck in den Herzen seiner Fans auf der ganzen Welt hinterlassen. Mit einer jahrzehntelangen Karriere ist er zu einem Symbol für Stärke, Mut und Entschlossenheit geworden. Doch nun steht dieser Held vor einem anderen Kampf, dem Kampf mit seinem eigenen Gehirn. Die Entscheidung von Bruce Willis, sich 2022 von der Schauspielerei zurückzuziehen, hat die Fans und die Filmgemeinschaft tief bewegt. Er war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Symbol für Standhaftigkeit und das Überwinden von Herausforderungen. Diese Entscheidung war jedoch notwendig, damit er sich auf seine Gesundheit konzentrieren und Zeit mit seiner Familie verbringen konnte. Die Aphasie, gefolgt von der frontotemporalen Demenz, machte es Bruce Willis unmöglich, seine Karriere fortzusetzen. Die Aphasie erschwerte ihm den Gebrauch der Sprache, ein sehr wichtiger Aspekt für einen Schauspieler. Dies wirkte sich nicht nur auf seine Karriere aus, sondern machte es ihm auch schwer, mit seinen Lieben zu kommunizieren. Trotz des Verlusts der üblichen Kommunikationsfähigkeiten hat Bruce Willis weiterhin eine besondere Beziehung zu seiner Familie aufrechterhalten. Dies wird deutlich durch Talulas Erzählungen. Sie bestätigt, dass die Erfahrung mit ihrem kranken Vater ihrer Familie ein neues, höheres Maß an Kommunikation gebracht hat. Die Familie Willis hat gelernt, sich an Bruce's Zustand anzupassen und neue Wege der Kommunikation mit ihm zu finden. Sie verlassen sich nicht nur auf Sprache, sondern auch auf Gefühle und gegenseitiges Verständnis. Talula sagt, dass ihr dies geholfen hat, offener zu sein und mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Lieben zu achten. Die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern ist enger geworden. Sie haben gelernt, einander zuzuhören und aufrichtig sowie offen miteinander zu teilen. Dies hat ihnen nicht nur geholfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, sondern auch, stärker angesichts neuer Prüfungen zu werden. Auf dieser Reise sind Talula und ihre Familie nicht allein. Sie erhalten Unterstützung von geliebten Menschen und Freunden, die ihnen in den schwierigsten Momenten beigestanden haben. Talula betont auch die wichtige Rolle der Unterstützung von außen für ihre Familie bei der Pflege und dem Umgang mit der Krankheit ihres Vaters. Diese Unterstützung hat der Familie Willis geholfen, die Kraft zu finden, sich der harten Realität zu stellen. Talula gibt zu, dass die Unterstützung von anderen ihr und ihrer Familie geholfen hat, sich auf dieser herausfordernden Reise weniger allein zu fühlen. Gemeinsam haben sie ein Netz der Geborgenheit geschaffen, in dem jeder auf den anderen zählen kann, wenn es nötig ist. Roma, die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, hat ebenfalls Höhen und Tiefen im Familienleben durchgemacht, als ihr Vater mit der Krankheit konfrontiert wurde. Dennoch bewahrt sie ihren Glauben und ihre Liebe zu ihrem Vater. Romas Worte haben den Fans von Bruce Willis, die sich stets um seine Gesundheit sorgen, ein Stück Trost geschenkt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!